Tatsächlich gehen die Wurzeln wirklich in die 90er Jahre zurück mit Graz und das war damals auch sehr bewusst die Entscheidung, eigentlich die traditionelle Germanistik zu verlassen, also damals bedeutet so 1997, um zu sagen, okay, eigentlich war ich von Beginn an vom Internet so fasziniert, dass es wirklich so ein Initialerlebnis für mich dargestellt hat, dass mir klar war, dass die Wissenschaft so nicht bleiben wird. Man ist dann schon wieder überrascht, wie konservativ oder wie auf die Haare natürlich gewisse Dinge sind, dass man dann doch auch über viele Dinge diskutiert, jetzt 2015, die eigentlich Ende der 90er Jahre schon ganz klar sich aufgezeichnet haben, dass sie wichtig sind, Druckmechanismus oder elektronisches Buchrichtlinien oder Langzeitarchivierung und viele andere Dinge. Was ich heute über heute reden möchte ist etwas, wo ich wirklich kein Experte bin und ich habe mir gedacht, für so einen Landstern wie Lecture würde ich eigentlich gerne eher etwas zur Diskussion stellen und versuchen, ein bisschen Einblick in die Werkstatt zu geben, wobei ich dazu sagen muss, dass das gar nicht unbedingt unsere Werkstatt, ja schon zum Teil unsere Werkstatt in Innsbruck ist, aber das Zustandekommen, also E-Learning-Anwendung ist etwas, was sicher kollaborativ geschehen wird, also konkret wird vor allem das University College London und die University London dort wiederum das Computing Center eine wichtige Rolle spielen, weil das eben in diesem EU-Projekt programmiert werden wird und die Kollegen dort sozusagen die Task Leader sind. Aber trotzdem geht das Grundkonzept auf eine Idee zurück, die mir gekommen ist vor eineinhalb Jahren eigentlich schon und ich möchte sozusagen diese Idee präsentieren und bin auch neugierig, was sie dazu sagen, also bitte unterbrechen Ich habe dann als erstes gleich eine Folie kopiert vom letzten Vortrag, weil ich kurz reingeschnuppert habe, was der Kollege das letzte Mal gesagt hat und da ist es um Forschungsinfrastrukturen gegangen oder virtuelle Forschungsumgebungen und da haben wir gedacht, das muss ich jetzt einfach noch einmal kurz verfestigen, sozusagen, weil das wirklich genau unsere Arbeit trifft, die wir also, wir sind ein Team von derzeit, kann man sagen, fünf Leute, wobei es gibt noch zwei andere Teams, die mit uns verbunden sind, also an der OB, das Digitalisierung on Demand oder E-Books on Demand, das ist ein größeres Projekt, bei dem 40 Bibliotheken versuchen, Digitalisierung on Demand zur Verfügung zu stellen, über eine zentrale Infrastruktur, die im Innsbruck läuft und da gibt es auch eine Digitalisierungsabteilung, die man als Infrastruktur bezeichnen kann. Aber eben so eine virtuelle Forschungsumgebung, das scheint mir wirklich sehr, sehr wichtig zu sein und die Basis eben zu bilden für die künftigen Geisteswissenschaften und also einfach ausgedrückt, es muss zur Selbstverständlichkeit werden, dass auch Geisteswissenschaftler sowas wie eine Forschungsumgebung wie ein CERN oder so benötigen. Ja, wenn man sich vorstellt, dass dort 10.000 Leute arbeiten an den Projekten und viele dieser Experimente, die dort gemacht werden, nur zustande kommen können, jetzt nicht mit Grundlagenforscher sind, sondern eben auch ganz stark anwendungsorientiert und serviceorientiert sind und natürlich ganz viel über Informatik passiert oder über Methoden passiert, die man sich aus anderen Wissenschaften leiht, um seine eigentlichen Forschungsziele in der Physik zu erreichen. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, der auch in den Geisteswissenschaften immer wichtiger wird, dass man eben auf solche bestehenden Strukturen zurückgreifen kann. Und da sehen wir, da sehe ich ja in den nächsten Jahren einen richtigen Bedarf, beziehungsweise werden wir uns da engagieren und das Geld in diese Richtung ausgeben. Ja, dann ist bereits kurz erwähnt worden. Was ist jetzt der Hintergrund der konkreten Arbeit? Wir haben gesagt Transkribus und E-Learning-Umgebung, also ich sage jetzt praktisch ein paar Dinge über diese Forschungsumgebung Transkribus, wie das zustande gekommen ist und was da sozusagen passiert ist. Es beruht, also es ist eigentlich ein idealtypischer Ablauf, kann man sagen. Es gibt ein Forschungsprojekt im Bereich Handschriftenerkennung, wo es eigentlich noch um Grundlagenforschung geht. Das heißt, Handschriftenerkennung ist etwas, was in den Computerwissenschaften eigentlich schon seit 10, 15, 20 Jahren, ganz frühe Anfängen, noch viel früher, durchgeführt wird, aber in den letzten Jahren eine gewisse Dynamik bekommen hat, aber noch auf sehr, sehr eingeschränkten Datensätzen durchgeführt wird. Und dieses Projekt, das von den spanischen Kollegen geleitet wird und jetzt mit 31.15. also ausreift, hat erstmals diese Grundlagentechnologie übertragen auf tatsächlich historische Dokumente, sozusagen. Mal versucht, damit zu arbeiten. Sehr viel ist gemacht worden für Jeremy Bentham, einen englischen Filosofen, bis zum 18. 19. Jahrhunderts, aber auch mit frühen mitleiterlichen Texten, auch spätmitleiterlichen Texten, frühen und eines der Ziele war eben, Demonstratoren zu entwickeln, also zu zeigen, der wissenschaftlichen und darüber hinausgehenden Öffentlichkeit, was ist sozusagen auf Basis dieser Grundlagentechnologie möglich. Und aus dem heraus ist dann eben auch Handschriften entstanden, das ist ein Blick auf das Interface, was da wichtig ist, dass eben auch der Computer sozusagen benötigt eine enge Verbindung zwischen Text und Bild. Und man sieht hier die Baselines und ganz leicht auch die Line-Region, also sprich der Input für den Computer ist, für die Handschriftenerkennung, ist zeilenbasiert. Das heißt, es wird keine Segmentierung in Wörter vorgenommen und schon gar nicht in einzelnen Buchstaben, weil das wäre viel zu kompliziert und fehleranfällig, sondern was der Computer tatsächlich erhält, ist ein kleines Bild, was sozusagen in diesem Umriss besitzt, ganz leicht blau erscheint und die ganze Zeile abbildet. Und aufgrund dieses Bildes und dem dazugehörigen Text wird eben ein mathematisches Modell entwickelt, das die Regularitäten zwischen hier und hier sozusagen beschreibt und erlernt. Also das ist ein maschinenlernendes Verfahren. Es gibt verschiedene Methoden. Die Methode, die da angewendet wird, ist sogenannte Hidden Markov Models. Es gibt aber auch, was jetzt fast moderner ist und eine große Konjunktur erlebt, sind neuronale Netze, die wesentlich mächtiger werden können, allerdings auch einen sehr, sehr großen Rechenaufwand benötigen. Das heißt, diese Verbindung ist ganz wichtig zwischen Text und Bild. Und wenn die also gegeben ist, das muss man sich eben immer vor Augen halten, das ist eines der großen Enttäuschungen, die man sozusagen erlebt, wenn man dann den ersten Schritt macht und versucht, die Anwendung konkret zu benutzen, dass so schöne Baselines wie hier kriegt man schon, aber man kriegt sie nicht für jeden Text. Das heißt, die eigentliche Layout-Analyse, Sie können sich vorstellen, das ist jetzt der sauberer Text vom Gerichtsurteil, von einem professionellen Schreiber Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben. Wenn es dann in Dokumente reingeht, in Archivdokumente, die stärker Listencharakter haben oder die Tabellencharakter zum Beispiel haben, dann wird es dann natürlich oft sehr schwierig, dann wirklich zu sagen, wo ist eine Zeile, wo nicht mehr, wo fängt der nächste Block an, und diese Sachen. Und das wird aber als Input, zumindest bei den derzeitigen Verfahren, noch benötigt, als Input für diese eigentliche Erkennung. Ja, auf der Basis dann von in dem Fall 88 Seiten kann dann trainiert werden. Also diese 88 Seiten dienen sozusagen als Trainingsset, beziehungsweise ungefähr um die, glaube ich, das sind dann mehrere tausend Zeilen, beziehungsweise eben um die noch 30.000 Wörter, die jetzt bei diesem Reichsgericht, das so Ausschöpfen nach, eben verwendet werden. Und die Ergebnisse, die dann zu erzielen sind, schon eigentlich doch recht beeindruckend. Das heißt, wobei das kommt immer auf die Perspektive drauf an, ich habe das, kommt immer drauf an, wie wer im Publikum sitzt, weil wir haben vor einiger Zeit Computerlinguisten die Sache gezeigt, und die haben dann groß die Augen gerieben lassen, und Rittler oder Wörter ist falsch, das ist ja furchtbar, damit kann man überhaupt nichts anfangen. Es ist nicht ganz so schlimm, weil die Word Error Rate ist sehr, sehr streng und bezieht auch Satzzeichen mit ein, das heißt also schon ein falsches Satzzeichen wird als Wort gerechnet, und damit ist also sozusagen diese Word Error Rate wirklich sehr, sehr streng. Wohingegen die Charakterarbeit entspricht mir dem, was man kennt, von dem, wenn man es mit der OCR zu tun hat, Optical Character Recognition, und da ist es wiederum so, dass eigentlich 85% richtig erkannte Buchstaben, beziehungsweise da 90% richtig erkannte Buchstaben schon sehr, sehr viel an der eigentliche, also Volltextsuche und so weiter ist damit schon sehr gut möglich, und auch Textmining-Verfahren oder andere Dinge lassen sich zumindest teilweise doch sicherlich durchführen. Ja, und der Schluss aus den Ganzen war sozusagen, die HDA ist am Weg von der Grundlagenforschung zu einer Anwendung. Das war ungefähr vor zwei Jahren eigentlich der Ausgangspunkt, und wir haben dann das Glück gehabt, muss man sagen, dass, wobei diese Ausschreibung schon öfters vorhanden war, aber trotzdem, das war immer noch bei E-Infrastructure, da sind diese EU-Ausschreibungen gelaufen, schon seit Jahren, aber diesmal ist eben auch die Ausschreibung gewesen und das hat tatsächlich sozusagen fast aufs alt gepasst, und wir haben dann praktisch fast ein Jahr lang diesen Antrag vorbereitet, wo es klar war, dass man natürlich für so eine Research Infrastructure auch die Basis verbreitern muss und entsprechend Universitäten aus verschiedenen Bereichen noch einladen wird, da mitzumachen, und wir eben zum Beispiel der neuronalen Netze auch als Neforschungsgruppe beschäftigt sich mit neuronalen Netzen dabei zu haben, aber auch diese Layout-Analyse zu stärken, und das machen in dem Fall jetzt die Technische Universität mit Wien wir in dem Bereich arbeiten, um zum Beispiel Tabellen usw. besser zu erkennen. Und auch ganz wichtig natürlich die Archive mit einzubeziehen, sprich zu zeigen, dass es bereits Archive gibt, die Massen digitalisieren und nicht sozusagen, also wenn ich jetzt in Österreich die Situation nehme, in Innsbruck oder auch in Wien oder im Strassarchiv, da steht man da die Digitalisierung doch noch sehr reserviert gegenüber, bzw. wird man so Diskussionen führen, ja einzelne kleine Bestände digitalisiert man und ist dann schon zufrieden. Tatsächlich schaut es natürlich so aus, dass man da ganz andere Haltung einnehmen muss, dass letztlich klar ist, dass ein Archiv das nur eine Frage der Zeit ist, bis es von A bis Z durch digitalisiert ist und das eine der Hauptaufgaben ist, dass das natürlich Jahrzehnte dauern wird, ist klar, aber irgendwann muss man anfangen sozusagen, man braucht einen strategischen Plan. Ich war vor zwei Wochen in Den Haag und habe dort auch diesen Workshop gemacht und da bin danach dann von einer Dame vom Nationalarchiv angesprochen worden, von Holland, die also gesagt hat, sie sind von der Regierung beauftragt worden, jetzt in 15% ihres Bestandes zu digitalisieren und das macht doch, pardon, 10% ihres Bestandes zu digitalisieren und das sind ja 125 Kilometer, doch immerhin 12,5 Kilometer, die sie digitalisieren müssen. Das heißt, da wird wirklich in Kilometern angedacht, ob das geht, wenn ein Teil davon ist natürlich Mikrofilm, aber ein Teil ist auch konkret. Und dann kann man damit natürlich auch arbeiten und das sind halt die Perspektiven aus meiner Warte, die man in der Geistungswissenschaft denken muss. Also es geht nicht darum, die Sicherheit, am Anfang geht es jetzt darum, auch kleine Bestände, die man zufrieden und digital hat, aber von der größeren Perspektive her ist klar, man wird es mit riesigen Datenmengen zu tun haben, die man verarbeiten muss und verarbeiten kann, das ist natürlich auch ein Privileg, dass man überhaupt die Chance hat, dann mit Millionen von Archivdokumenten zu arbeiten. Ja, was wird an der Digitalisierung verstanden? Nur ein Scan? Ja, also das heißt, ein guter Scan ist tatsächlich das A und O aus meiner Warte. Ich verwende zwar auch sehr gerne einen umfassenden Begriff von Digitalisierung, also sprich, alles was damit zusammenhängt, dass man eben analoge Methoden durch Digitale ersetzt, ist in gewisser Weise Digitalisierung und diese Diskussion Industrie 4.0 und so weiter wird ja auch gerade in Deutschland, in Österreich wenig, aber in Deutschland sehr stark geführt und umfasst eben alle Bereiche, von Banken bis Industrie und so weiter und so weiter. Also ja, es gibt den umfassenden Begriff, hundertprozentig und genau diese Forschungsumgebung ist natürlich auch so eine Art von Digitalisierung, umfassender Digitalisierung, die Situation von einem Archivgut geht es natürlich ums Scanner. Gut, das Ziel war also Forschungsinfrastruktur schaffen und es war irgendwie klar, wenn man sich also hinsetzt und ein bisschen darüber nachdenkt, dass man das nicht machen kann, wenn man, also wenn man diese ganzen Anschriften erkennen, die ganze Technologie, die Folgen sozusagen abschätzen möchte und versucht, da was Sinnvolles zu tun, dann ist klar, dass man sich nicht auf einen Sektor konzentrieren kann, sondern man braucht mehrere Sektoren, sprich Archive, Bibliotheken, Geisteswissenschaftler, weil die ja schließlich auch wissenschaftlich mit dem ganzen Arbeiten, die Öffentlichkeit, die ja auch eine wichtige Rolle spielt und natürlich die Technologie, weil Technologie bedeutet ja auch immer, dass nach wenigen Jahren schon das veraltet ist, was man gerade noch gemacht hat. Und das muss man sich auch gewöhnen als Geisteswissenschaftler, wenn man digital arbeitet, dass es viel, viel rascher geht wie früher, dass die Dinge veraltet sind und heute ausschauen. Das ist halt so. Gut, eine zentrale Komponente ist aber eben dann diese Plattform, die sozusagen vermitteln möchte. Da nochmal sozusagen plakativ zusammengefasst und sehr, sehr einfach. Aber so von der Grundidee her ist die Plattform eben ein Mediator zwischen den verschiedenen Benutzergruppen und um sie zu rechtfertigen und einen Nutzen daraus ziehen zu können, muss eben für alle Benutzergruppen auch Dienstleistungen anbieten, beziehungsweise etwas anbieten, was im jeweiligen Kontext eben einen Sinn macht. Also ich werde den Geisteswissenschaftler nicht unbedingt mit Langzeitarchivierung konfrontieren, weil das ist nicht sein Geschäft. Aber für Archive ist natürlich Langzeitarchivierung und damit angereicherte und standardisierte digitale Objekte ein wichtiges Thema. Umgekehrt, ja, weil die Computerwissenschaftler nicht mit Scannen und Digitalisierung oder Auswahl von Materialien beschäftigen, aber es ist klar, dass sie natürlich in den ganzen Plattformen mit einbezogen werden müssen, weil dort natürlich sehr, sehr viel passiert und die Technologie eben wird, was man sozusagen konservieren kann, was man ständig weiter schreiben muss. Da ist wiederum eben so, dass die sehr, sehr interessiert sind an Referenzdaten. Also Referenzdaten sind also Daten, die im Grunde zeigen, was man sich erwartet. Oder Groundroost wird jetzt auch genannt. Das heißt, wie wir es zuerst schon gesehen haben, damit die HDR lernen kann, benötigt sie, also viele Lernverfahren, nicht alle, aber viele, benötigen vorgegebenes Material, damit man sozusagen sieht, was rauskommt. Und ja, also das kann sozusagen eine Schleife sein. Und dann eben natürlich Organisationswissenschaftler, die interessiert sind, mit den Dokumenten zu arbeiten, sie auszuwerten, über verschiedene Interfaces und natürlich auch mit der Verwendung von diversen Tools oder Algorithmen. Also HDR steht für Handwritten Textaltation, DIA steht für Document Image Analysis. Ganz wichtig im Bereich der Erkanalyse KWS ist Keyword Spotting. Es gibt also auch noch andere Verfahren als reines Volldext-Suche, die etwas interessiert sind. NLD, Natural Language Processing, spielt eine große Rolle. ABI wäre Automatic Weiter-Identification, auch ein Thema, was für viele Klassenwissenschaftler interessant ist, dass man als Schreiber zueinander trennen kann. HPC ist halt für High-Performance Computing, weil das Ganze immer sehr rechenaufwendig ist und von daher auch sozusagen Backup haben benötigt. Gut, konkret umgesetzt haben wir das so, dass 40% in die Grundlagenforschung gehen, 30% in Service. Auch das ist eben jetzt genau für so eine Forschungsinfrastruktur eine ganz wichtige Sache, dass eben nicht alles in die Forschung läuft, sondern eben auch Service angeboten werden soll und muss sozusagen. Das heißt, es gibt echte Dienstleistungen, die über die Prototypen hinausgehen. Und in dem Bereich eben spielt die E-Learning-Komponente auch eine Rolle, und 30% Netzwerk, sprich Aktionen, Arbeit, um in den verschiedenen Zielgruppen weitere Leute zusammen zu gewinnen oder Institutionen zu gewinnen. Das kann also von den Wettbewerben für Computerwissenschaftler reichen, zum Beispiel, dort ist es relativ üblich eben in Konferenzen auch Wettbewerbe zu machen, zum Beispiel zur automatischen Wettbewerbe zu machen. Oder eben, indem man die Sorte von, also die liberalisierten Sammlungen von Archiven reinnimmt oder eben versucht, geistliche Wissenschaftler zu gewinnen, damit zu arbeiten. Diese E-Learning-Komponente fällt auch unter dem Begriff Innovation. Das ist ganz interessant, dass dieses Horizon 2020 Programm nicht nur auf reine Grundlagenforschung abzielt, sondern eine sehr klare Unterscheidung macht zwischen Grundlagenforschung und Innovation. Und das scheint aus meiner Warte eine sehr vernünftige Unterscheidung zu sein, weil Grundlagenforschung ist nicht sozusagen a priori schon innovativ. In der Grundlagenforschung geht es auch sehr, sehr stark um Datensammeln, um sozusagen einen stetigen Prozess. Das Disruptive, was typischerweise eben mit einer Innovation verbunden ist, muss nicht unbedingt, sozusagen benötigt, nicht unbedingt diesen langen Vorlauf, den oft Grundlagenforschung hat. Und ich sage das deswegen, weil wenn man sozusagen auch wieder mal irgendwo anders mit dem Thema zu tun hat, Innovation ist jetzt wirklich sehr, sehr groß geschrieben und ich fühle mich eigentlich wohl dabei, dass man sagt, ja, da geht es eigentlich mehr um Ideen und um etwas auch ausprobieren und natürlich auch um eine andere Fehlerkultur, was ja auch bei der Grundlagenforschung oft als Null-Fehler-Toleranz, wohingegen bei der Innovation geht es vieles nur um etwas ausprobieren und dann sieht man eh, was rauskommt. Und das ist genau für diese E-Learning-Komponente, den würde ich das eben auch beanspruchen. Okay, und Nachhaltigkeit und so weiter spielt da auch eine Rolle. Gut, die E-Learning-Komponente. Soll also Teil von so einer Forschungsinfrastruktur sein, ist zugegebenermaßen, soll das nur ein ganz kleiner Teil werden, aber aus meiner Warte doch nicht uninteressant. Das heißt, jeder der sich mit historischen Handschriften beschäftigt, ist automatisch damit konfrontiert, dass sie oft schwer zu lesen sind. Und wenn man mit Historikern, Professoren und so weiter spricht, dann ist natürlich auch die Klage schnell bei der Hand, ja, die Studenten können ja nicht einmal mehr einfach historische Texte inkurrent, oder Süddein oder irgendeiner lesen. Das heißt, da gibt es eigentlich ein ganz klares Bedürfnis, dass Handschriften, historische Handschriften gelesen werden können. Und auch wenn man über automatische Handschriftenerkennung spricht, der Computer wird es einem nicht abnehmen, sozusagen das zu lesen. Er wird eben so einen Fehler machen und muss auch trainiert werden und so weiter und so weiter. Das heißt, um das kann ich sowieso nicht hin. Der gute Punkt ist eigentlich, dass die HDR genauso eben Textmengen benötigt, um lernen zu können. Und das Üben sozusagen ist ja auch eines der zentralen, die zentrale Methode beim Anschriften lesen, erlernen, üben, üben, üben und einfach machen, ist wahrscheinlich das Wichtigste, um eben eine Routine zu bekommen. Gut, die Grundidee ist also, die vorhandene Infrastruktur zu benutzen, um auf der anderen Seite von Studentinnen, aber auf der anderen Seite natürlich auch alle jene, die interessiert sind an Crowdsourcing oder Volunteering-Projekte, denen damit auch ein Instrument an die Hand zu geben, um sie eben selbst sich sicherer fühlen. Es ist so, dass zum Beispiel die Transcalpentern, das Transcalpentern-Projekt verfügt, glaube ich, über inzwischen 10.000 registrierte Benutzer und die transkribieren brav 100, 120, 150 Seiten pro Woche, was sehr viel ist. Wenn man durch pro Seite eine Stunde oder mehr kann man schnell einmal veranschlagen. Und, also wie gesagt, 10.000 Benutzer, aber tatsächlich arbeiten dann 20 bis 30. Das heißt, die Leute, die sich mal dafür interessieren und immer hin und sich registrieren und bereit sind, etwas zu tun, werden dann natürlich schnell wieder abgeschreckt, wenn sie sehen, oje, bin mir nicht ganz sicher und dann ist doch nicht so einfach, aber eigentlich wäre es schon interessant. Und wenn man da ein Tool hätte, mit dem so jemand sozusagen auch eine gewisse Sicherheit erreichen kann, dann wäre das sicherlich auch sinnvoll. Ja, entsprechend wären dann die Anwendungen, eben Lehrveranstaltungen, Trainingsprogramme und wenn man ganz weit denkt sozusagen, könnte man diese eleerigen Anwendungen in Transcribus sozusagen sogar in Richtung von einem Standard in der Ausbildung machen. Es hat zum Beispiel die Bayerische Staatsarchiv, hat jetzt eine Seite veröffentlicht mit Beispielen von historischen Texten, jeweils eine Beispielseite und die korrekte Transkription dazu. Und eben genau, also hat das dann noch kapitulisiert in leicht mittelschwer und vom 11. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert hat sie eben diese Beispielseiten gebracht. Und genau mit dem Sinne eben auch sozusagen das Lesen im Prinzip dann zu unterstützen. Und welche vorhandenen Komponenten? Auf der einen Seite besteht eben die Plattform aus dem User Management, Dokumentenmanagement. Es gibt Collections, es gibt Sammlungen drinnen aus den unterschiedlichen Sprachen und den unterschiedlichen Epochen. Natürlich kann man auch ständig neue reinbringen. Das heißt, wenn ich also jetzt sage, ich habe ein bestimmtes Projekt und möchte meine Mitarbeiterinnen schulen und möchte, dass die also bestimmten Standards sozusagen erreichen, dann bevor sie dann ernsthaft transkribieren, dann kann ich mir das natürlich auch selbst sozusagen erstellen, oder sollte man ja selbst erstellen können. Eben dafür braucht es aber Zusatzmodule, zusätzliches Interface zur Präsentation der Dokumente. Also wie kann ich den Lernprozess dann konkret in Gang setzen? Dann muss ich natürlich dieses Lernmodul auch managen können. Das heißt, ich muss Dokumente auswählen können, einschränken können, vielleicht die Leute auch noch zusätzlich auswählen können und so weiter. Und das eigentliche interaktive Lernmodul wird es eben auch benötigen. Dazu gibt es dann noch ein paar Gedanken dazu. Vom Interface her ist klar, Bild und Text werden eben miteinander verknüpft. Es ist ohnehin etwas, was sozusagen schon gegeben ist. Und die zweite Idee, die kommt von Philipp Schöffel, der ist der Herausgeber von dieser Pentium Edition. Und der hat gemeint, eigentlich könnte man es so machen, wie bei diesen Online-Kreuzfahrträtseln, ein Checkout-Cheat. Das heißt, man klickt eine Zeile zum Beispiel und könnte so ausschauen, man könnte kein Wort sehen oder sagen wir mal die Einfachheit, aber sieht man diese vier Worte und müsste dann dieses Gänzen. Wenn ich es kenne, dann schreibe ich es hin. In dem Fall ist es relativ einfach zu lesen. Oder eben, wenn ich es nicht kenne und es lernen möchte, dann drücke ich auf Cheat und es wird mir erscheinen und es ist ein gewisser Lerneffekt gegeben. Und so kann man dann, könnte man sozusagen durchgehen, ja, eben Check oder Cheat. Und dann auch das, das Andenken. Genau, das ist eine relativ saubere Schrift. Und dabei sagen wir mal, ich bin kein Experte. Ich bin da genauso. Da sind wir ein bisschen gesessen, dass wir das empfunden haben. Das sind die Kameraden. Und das ist natürlich von allem, das sind die ganzen Rechtschartfehler, die man dann natürlich auch bei den ganzen Emissionen sieht. Aber die Grundidee sozusagen wäre, und das lasst die Technik natürlich relativ einfach machen. Man kann eben eine oder mehrere Wörter aus, also man hat die Zeilen. Man kann natürlich auch mehr Zeilen zeigen, das ist klar. Aber mit der Einfachheit kann man diese, also eine Zeile nehmen. Und je mehr ich natürlich an Kontext weggebe, desto schwieriger wird die Sache. Das ist klar. Aber im Grunde, glaube ich, lebt das Lernen davon, eben diese Verbindung zwischen Text und Bild zu haben. Und das oft genug zu sehen, sozusagen. Jetzt, also das, wie findet Lernen sozusagen statt, was meiner Warte eher intuitiv als Regel passiert. Das heißt, einfach durch Übung, durch sehr vieles Sehen von dem Bild und dem richtigen Text. Das wäre, glaube ich, eigentlich das Entscheidende. Aber die Frage ist natürlich jetzt, wie besorgt man sozusagen das nächste Wort? Also das heißt, welches Wort wird während des Nächstes erhalten? Also welches Wort soll man sozusagen erhalten können? Und da scheint es mir eben wichtig zu sein, dass das so wie es bei diesen paar Wörtern da jetzt der Fall war, dass es eben mit einem Klick sozusagen geht. Und damit das Ganze nicht ermüdet, muss eine gewisse Abwechslung da sein. Eziehungsweise wie wählt man eben jetzt das nächste Wort aus? Das ist aus meiner Warte die Hauptfrage, die man da sozusagen beantworten muss. Aus meiner Warte, was sich sofort anbietet für diese Auswahl, ist natürlich Benutzer gesteuert. Der Benutzer kann sozusagen wählen, der sagt dann, gib mir ein Wort mit großem S am Anfang. Oder gib mir längere Wörter. Die Auswahl von der Sammlung ist sowieso klar. Also Deutsch oder Englisch oder 17. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert. Das ist klar, das hängt ja auch stark mit den Zielen sozusagen zusammen. An welcher Level möchte ich sozusagen erreichen. Der Vorteil von dem wäre sozusagen, wenn ich das benutzergesteuert mache, dass es relativ leicht zu programmieren ist, weil das kann man relativ einfach in der Datenbank aufbilden, beziehungsweise wird ohnehin in einem Index aufgebildet. Und da ich zu jedem Wort natürlich auch immer die dazugehörige Zeile als Koordinate habe, kann ich das entsprechend machen. Aber der Nachteil ist, aus meiner Warte ist sozusagen, der Benutzer müsste sozusagen sein eigenes Lernprogramm aufstellen, was vielleicht am Anfang ganz gut ist, also um anfangs Zusatzfunktion wohl auch anziehen braucht, um schnell mal zu schauen, wie wird denn da das große K geschrieben und dann ist man überrascht, es in den verschiedenen Varianten zu sehen. Das hat sicherlich auch einen Lerneffekt, aber als alleiniges Verfahren glaube ich, ist nicht zielführend. Die andere Methode wäre, dass man sozusagen systematisch, also eher lehrende zentriert versucht, diese Wörter zu präsentieren. Das heißt, da wird man halt bestimmt die Regeln aufstellen, würde eben sagen, okay, wir kennen ja die Verteilung der Wörter sowohl im Korpus als auch in der deutschen Sprache oder in welcher Sprache auch immer, relativ gut wissen, was ist häufig, was ist weniger häufig, können uns eben überlegen, aus Erfahrungswissen heraus, was sind typisch Alte. Also das heißt, man könnte so ein Expertenprogramm machen, mit dem der Lernende konfrontiert wird und wo man sich eben erwartet, dass der Lerneffekt relativ groß ist. Aus meiner Warte ist es recht aufwendig zu programmieren, man muss das dann für jede Sprache anpassen, möglicherweise sogar für die Jahrhunderte, für die Schriftarten, für die Dokumententypen. Man braucht natürlich auch die Experten, die das sagen, okay, das wäre wichtig, das wäre wichtig. Also das heißt, da ist viel an Expertenwissen notwendig und viel an Programmierung und scheint mir nicht wirklich durchführbar zu sein. Eine sehr einfache Methode wäre das genaue Gegenteil. Man präsentiert diese Wörter, die der Benutzer erraten soll oder lesen soll, zufällig. Das heißt, da wählt der Computer einfach aus und die üblichen Einschränkungen natürlich auf Sprache, Periode und so weiter. Der Vorteil ist vor allem, es ist sehr, sehr einfach zu umsetzen. Das ist von der Programmierung ja praktisch kein Aufwand. Man hat 20.000 oder bei dem Reichsgericht 29.000 Wörter und kann dann relativ einfach zufällig auswählen, kann ja dann sicher auch noch ein paar Dinge überlegen bei der Zufallsauswahl. Man wird eben auch häufige Wörter öfters präsentieren. Das heißt, das hat ja auch den positiven Effekt, dass eben Häufiges auch häufiger gezeigt wird und von daher schneller gelernt wird. Und ja, der wesentliche Nachteil, den immer erwarten würde, ist, dass es eben ermüdend wird und dass es unter Umständen zu wenig Interaktivität sozusagen besitzt, wenn der Computer eben wirklich dann zufällig die Folge vorgibt. Kurz Zwischenüberlegung, welche Daten haben wir denn, die wir im Lernprogramm nutzen können? Und darauf gibt es doch einiges. Wir wissen von den Wörtern einiges. Also die Wörter können ja im Dokument zugehört werden, aber was zu einem bestimmten Zeitpunkt publiziert wurde, eventuell einen bestimmten Schreiber hat, bestimmte Schriftart hat. Wir kennen die Häufigkeit des Wortes. In vielen Fällen, wenn es aus einer normalen, sozusagen mit Anführungszeichen, digitalen Edition stand, wird man wissen, ob es eine Person oder eine Ortsname ist, was natürlich immer eine besondere Herausforderung ist, weil man dann ja sozusagen nicht auf sein übliches Repertoire zurückgreifen kann. Und auch natürlich, ob es mit Großbuchstaben, Kleinbuchstaben geschrieben wird, was auch dort bei historischen Schriften eben immer wieder ein großes Thema ist. Und man weiß natürlich auch, wie häufig Buchstaben in einem jeweiligen Sprachrufen kommen. Also klar, großes X wird man sehr selten sehen, großes E meineswege viel häufiger. Dann wissen wir vom Benutzer selbst, der dieses Interface da benutzt, relativ viel. Also wir kennen wie viele Sessions, wie lange Sessions, wie viele Wörter, welche Wörter er bisher gesehen hat. Wir wissen zu jedem seiner Wörter, ob er sich richtig und falsch ausgeführt hat, wie viele Versuche er meiner Freundin gemacht hat, ob er zuerst probiert hat, einen Check zu machen, oder gleich nachgeschaut hat sozusagen, was das richtige Wort ist. Also vom Benutzer ist uns auch einiges bekannt. Dann natürlich von den anderen Benutzern wissen wir auch viel. Also natürlich von jedem Benutzer wissen wir was. Das heißt, wir können noch einmal eine Ebene dazugeben und wissen eben, wie andere Benutzer sich bei einem bestimmten Wort verhalten haben. Und kennen aber auch Dinge wie diese Dropoutquote, kommt jemand zurück? Und diese Dinge. Und dann, 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 wir können auch ein Einzelneest mit einem Schluck zusammen machen. Wie viele Gerne ist gerade hier einem Namen verhalten. Und das ist nicht, wir können sogar, wir können noch nicht schiefen. Und dann, wir können ja, wenn wir zuerst schauen. Da sind, dann gehen wir eine Frau. Und dann, dann gehen wir unsere Handelskirche. Und dann, dann gehen wir den Wecken.